So, hallo, willkommen zurück, meine lieben Minecraft-Freunde. Heute zockt man einen Arena Brawl und es geht schon direkt los, zusammen wieder mit dem Flo. Hi, wir machen diesmal dieses 4x4. Arena Brawl, das ist... Toi, wir schnappen uns den Goldtypen. Wo ist denn der Goldtyp? Bei mir. Ja, super. 4x4 ist richtig eskalativ. Es ist ein brutalstes Gemetzel, kein Mensch weiß mehr, was hier abgeht. Ja, toll, lass mich alleine mit den zwei Leuten. Super. Ja, komm doch unten, ich muss nicht heilen mich gerade. Ja, dann mach das, dann lenke ich die in der Zeit ab. Es ist ein übertriebenstes hartes Gemetzel, aber es macht richtig viel Spaß. Danke für die Heilung. Ja, boah, ja, so. Boah, jetzt sind alle bei mir oben, oder was? Ja, super, mein Baum ist kaputt. Hinter dir steht einer, ne? Ja, so soll er doch. Ich gucke mir das Zielding aus der Mitte. Und das ist einfach eskalativ und... Wir sind hier mit zwei Engländern drin, glaube ich. Ja, keine Ahnung, woher gekommen ist. Aber auf alle Fälle sind die total gut. Ja, relativ gut. Und ich habe schon so viel Schaden mitgenommen. Oh, der hat mich runtergeworfen. Ich muss mich mal gerade heilen. Sonst ist es gleich um mich gesch... Alter, die haben alle noch... Ne, ja, wir haben alle noch viel Leben. Wo bist du denn? Ich stehe hier unten, will mich heilen. Ah, er beobachtet mich. Tobi. Nein, 112 Leben habe ich ihm gezogen. Danke. Nein, böser Typ. Mein Baum. Ihr stimmt auf den Lapis-Lazuli-Typen, ey. Ja, mach das. Ich hole mir jetzt... Da, 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 da. Ich knüppel mir jetzt diesen Typen. Nein, du Hurensohn. Bist du da? Nein, er rennt die ganze Zeit weg. Da, ich denke, man hat einen Hurensohn. Ja, aber... Darf man. Wenn ich das sage, darf man dann das. Mann. Boah, der Ende Typ hat nichts mehr. Ah. Ah, doch, er kann wegrennen. Bau. Danke, dass du mir das Healing lässt. Brauche ich auch zum Glück keinen... Robi, komm hier. Ich habe noch was. Ja, aber ich kann keinen... Komm, die Brücke runter. Hier. Nein, ich stehe jetzt oben drauf. Ja, ich muss erst mal gerade ein bisschen heilen. Ja, ich kämpfe gerade mit dem Letzten. Wo ist denn der? Ja, und jetzt greift unser ganzes Team hier an. Und das ist halt extrem geil, wenn vier Leute gleichzeitig angreifen können. Oder beziehungsweise drei. Wir sind ja bloß da drei. Ja, kannst du nicht mehr einfach was machen? Ja, ich habe ihn getötet. Juhu. Juhu. Erstmal meine Party schreiben. P-P-T-I-R-E-C-O-R-D. Sag, ähm, nein. So. Ähm, warte mal kurz. Aaaaaah! E-A-I-J-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! Nein! Wir zerficken hier auch nicht alles. Schade, dass dafür noch keine Winstree gibt und die Rating verändert sich leider auch nicht. Tobi, ich kann ihn nicht intweiten. Warum? Denn das musst du machen. in wald gr i ja warte ich sehe da hat er dann gr i ja mann scheiße in ralwag 027 nein gilt in weitern scheiße falsch rumgeschrieben ja und kann es gleich noch machen so jetzt zerficken wir wieder nimmst du wieder auf ja ja ich bin ja seid immer noch am aufnehmen ja kann ich weiß nicht mehr warum wir wieder spray play ganze zeit mit mir spielen ja bei mir auch alter wird der penetrator ja manche leute lieben ist einfach zu penetrieren geile sache alter Cage同 freue ich hatte sich auch alleine Ain't brauche keine tie partner der ist es dann ich mache hier ein auf rambo action der hier macht der schwarze rambo action agree mange aber buttits cool NO oral mate 3 wenig etwas nägg an Saline dann zumal na gut wir bestehen week Mann, das war mein Niggerchen. Du blödes Niggerchen. Vielleicht gebe ich dir ein Fickerchen. Wie man sieht, unser Team ist gut. Wir zerschnetzeln ihn einfach, ohne dass er überhaupt irgendwas machen kann. Geschweige denn, er sich heilen kann. Oder die. Mit einer Wall of Wines hast du vielleicht die Chance, sich etwas zu heilen, aber... Nee, auch mit dem Tod, wenn er... Wohin, baum, 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 baum. Wo ist denn der Letzte? Keine Ahnung. Unser Team tickt sich erstmal einmal durch. Hey! Hi, kennst du mich? Ich bin ein Gegner. Ich bin der Penetrator 0-9. Bäm! Bäm! Wir rasten da raus! Hey, warum haben wir hier 72? Tobi, wir haben unser Limit schon, ne? Für die Guild Coins. Die können heute keinen mehr kriegen. Doch. Nein. Nee, doch nicht. Hey, warum stand das dann gerade bei mir nicht? Ja, Tobi, machst du, äh, Joint, äh, lässt den mal Joint? Habe ich doch schon. So, und dann so. Ja, er ist drinne. Yay! Pitch it, yes! Oh, can you accept me as a friend? Ja. Friend, accept, Alex, the Disney man. Oh, man. Ah, Leute. P, z, party. Äh, parit. Ich wollte party schreit parit. Und wir machen, Leute, parit. It says, heaven. Oh, oh, oh. Immer dieses blöde Englisch. I can't speak it so gut. So well. Das sind gar keine Teamer hier. Den direkt mal zerficken. Boah, jetzt hab ich unser ganzes Team einfach mal voll auf ihn draufschnitzelt. Boah. Fuck, ey, was passiert hier? Ich seh einfach mal überhaupt nichts. Also, wenn ihr nichts seht, seh ich auch nichts. Ja, ganz einfach. Simple for best. Halt, halt. Er will wegrennen. Flo, sag mal was. Das ist nicht unser Baum. Ich bin fast down. Oh, ich auch. Oh, motherfucker. Oha. Ich bin raus. Oh. Nein, ich hab nicht drauf geachtet. Scheiße. Oh, der hat auch seismic weight drauf, der einen Typ. Der eine, boah. Nein, mein Baum ist kaputt. Ah, super. Nein, nein, nein. Lass mich leben. Ich will leben. We got official fucked. Geh weg. Du machst mir Angst. Ja, jetzt hast du keine Chance mehr. Uh, double damage. Danke. Nein, geh weg. Geh weg. Ne, jetzt hast du keine Chance mehr. Doch. Er weucht einen Attacken aus. Wow. Okay. Immerhin war es ganz witzig. Okay. Ich würde sagen, das reicht dann für heute auch. Wir sehen uns mal in der nächsten Runde. Blitz Survival Games geht auch noch weiter. Ähm. Aber das haben wir erstmal pausiert, weil wir jetzt erstmal keine Zeit hatten. Und, aber das wird jetzt in dieser Woche noch weiter laufen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Und bleibt cremig. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl.